Marte fehlt Autsch! Ah! Autsch! Das war knapp. Gott sei Dank, nix passiert. Oh nein! Das Bike ist ja kaputt. Oh nein, mein super neues Bike. Ach, jetzt muss ich mir ein neues kaufen und das kostet sicher so die 1600 Euro. Hm, 480 Euro habe ich. Aber den Rest? 160 Euro kann ich ja sparen im Monat, wenn ich ein bisschen sparsamer bin. Bäh. Ob sich das noch ausgeht, dass ich heuer mal ein neues Bike kaufen kann? Ja, unvorhergesehene Ausgaben kommen leider immer mal vor. Ein bisschen Angespartes kann da schon helfen, bis man alles zusammen hat. Um die Monate zu berechnen, die nötig sind, damit der Betrag von 1600 zusammen mit dem Ersparten erzielt wird, kann man sich mit einer einfachen mathematischen Gleichung helfen. Für die Endsumme von 1600 Euro sind zunächst schon mal 480 Euro vorhanden, bleiben also nur mehr 1.120 Euro. Pro Monat kommen weitere 160 Euro in Sparschwein dazu. Fragt sich nur, wie oft bzw. wie viele Monate lang das Sparschwein gefüttert werden muss, bis die 1.120 noch nötigen Euro zusammengekommen sind. Unbekannt ist also die Anzahl an Monaten, die noch gespart werden muss. Diesen unbekannten Wert oder einfach gesagt, die Unbekannte benennen wir mit X. Als Gleichung aufgeschrieben, sieht dies dann so aus. 160 Euro, das ist die Ersparnis bzw. das Ersparte pro Monat, das multiplizieren wir mit der Anzahl der gesuchten Monate X plus 480 Euro als unser Startkapital. Alles zusammen soll die Endsumme von 1.600 Euro ergeben, die für das neue Bike nötig sind. Um eine Lösung für die unbekannte X zu finden, müssen wir X alleine auf einer Seite der Gleichung stehen haben. Man sagt auch, die Gleichung wird nach X aufgelöst. Dazu subtrahieren wir zunächst 480 Euro, und zwar auf beiden Seiten der Gleichung. Der Name Gleichung sagt ja schon, dass auf beiden Seiten das Gleiche steht. Das ist wie bei einer Balkenwaage, die sich im Gleichgewicht befindet. Wenn man auf einer Seite etwas wegnimmt, muss man auf der anderen Seite genau das Gleiche wegnehmen, damit die Waage im Gleichgewicht bleibt. Dies nennt man Äquivalenzumformung, und die alte und die neue Gleichung sind dann äquivalent, haben also denselben Wahrheitswert. Nachdem wir 480 Euro auf beiden Seiten abgezogen haben, lautet die Gleichung 160 Euro mal X ist gleich 1120 Euro. Als nächstes teilen wir beide Seiten durch 160 unterhalten X ist gleich 1120 Euro durch 160 Euro ist gleich 7. Es werden also 7 sparsame Monate benötigt, bis das Geld für das neue Bike beisammen ist. Wenn wir dieses Beispiel einer Gleichung anstelle der Zahlen mit Variablen anschreiben, so bekommen wir die allgemeine Form einer linearen Gleichung, nämlich AX plus B ist C, wobei A ungleich Null sein muss. Der Name lineare Gleichung kommt daher, dass durch AX plus B eine sogenannte lineare Funktion beschrieben wird, also eine Funktion, deren grafische Darstellung einer Linie entspricht. Das Lösen einer linearen Gleichung, wie wir gerade gesehen haben, ist recht einfach. Zuerst rechnen wir Minus B und teilen anschließend durch A, was immer möglich ist, da A ja nicht Null sein darf. So weit, so gut. Lineare Gleichungen sind noch recht einfach zu lösen. Die unbekannte X ist stets eindeutig bestimmbar. Ein wenig komplizierter wird es, wenn es sich bei der Gleichung um eine sogenannte quadratische Gleichung handelt. Hier gibt es mathematisch gesehen nicht nur eine eindeutige Lösung, aber alles der Reihe nach. Wir sprechen von quadratischen Gleichungen, wenn der gesuchte Wert, also die unbekannte X, quadratisch in der Gleichung vorkommt, also X hoch 2. Da am Ende als Lösung stets ein Ergebnis für X herauskommen muss, in dem Fall also die Wurzel aus X², ist es auch klar, dass bei quadratischen Gleichungen grundsätzlich zwei verschiedene Lösungen für X gefunden werden können, also einmal der positive X-Wert und ebenso der negative X-Wert. Eine sehr einfache quadratische Gleichung sieht zum Beispiel so aus. X² ist gleich 4. Als Lösungen kommen mathematisch gesehen für X sowohl die Ziffer 2 als auch minus 2 heraus. Ob dies stimmt, kann einfach überprüft werden, indem die Lösungswerte jeweils für die Gleichungen eingesetzt werden. Ist X gleich 2, so ergibt dies in die Gleichung eingesetzt, 2 zum Quadrat ist 4. Stimmt also. Ist X gleich minus 2, so ergibt dies in die Gleichung eingesetzt, minus 2 zum Quadrat, was ebenfalls 4 ergibt. Also ebenfalls stimmt. Ja, aber nur selten sind quadratische Gleichungen so einfach wie eben beschrieben. Sehr häufig beinhaltet eine quadratische Gleichung noch weitere Komponenten. Die allgemeine Form einer quadratischen Gleichung sieht so aus. AX² plus BX plus C ist 0. Schauen wir uns die allgemeine Form nun etwas genauer an. X ist die Unbekannte, deren Lösung gesucht ist. A, B und C sind Parameter, für die beliebige reelle Zahlenwerte eingesetzt werden können. Allerdings darf der erste Parameter A wieder nicht gleich 0 sein, denn sonst würde die quadratische Komponente wegfallen und die Gleichung wäre wieder linear. Quadratische Gleichungen haben, wie bereits gezeigt, aufgrund ihrer quadratischen Komponente im Allgemeinen zwei Lösungen X1 und X2. Man schreibt für die beiden Lösungen auch X1,2 und findet sie durch die sogenannte große Lösungsformel. Diese Formel sieht dann so aus. Die große Lösungsformel wird auch ABC oder Mitternachtsformel genannt. Da sie so wichtig ist, dass man sie auswendig können sollte, wird man unvermutet um Mitternacht aus dem Schlaf geweckt. Wie aus der allgemeinen Form der quadratischen Gleichung die Mitternachtsformel entsteht, ist an dieser Stelle nicht wichtig und auch etwas zu kompliziert, kann aber im Internet recht leicht gefunden werden. Zusätzlich ist es wichtig zu wissen, wie die große Lösungsformel zu verwenden ist. Zunächst einmal muss auf einer Seite der quadratischen Gleichung 0 stehen. Sollte dies nicht von vornherein der Fall sein, muss zunächst passend umgeformt werden. Die Lösungen der quadratischen Gleichung beschreiben daher die Nullstellen einer quadratischen Funktion. Dies werden wir später veranschaulichen. Besonders wichtig ist es, auf die Vorzeichen der Parameter zu achten. Dies erklärt sich am besten anhand eines Beispiels. 2,1x² minus 3x minus 8,2 ist 0. Ist also beispielsweise der Parameter b negativ, so hebt sich bei der Lösungsformel das Minus vorne im Zähler weg. Neben der großen Lösungsformel gibt es auch noch die kleine Lösungsformel, die für einen Spezialfall der quadratischen Gleichung angewendet wird, der genau genommen gar nicht so speziell, sondern eher häufig ist und auch die Bezeichnung Normalform einer quadratischen Gleichung trägt. Diese Normalform der quadratischen Gleichung erhält man dadurch, dass a gleich 1 ist. Also ax² plus bx plus c ist gleich 0. Mit a ist gleich 1 wird zu x² plus bx plus c gleich 0. Zu diesem Ergebnis kommt man auch, wenn man alle Teile durch a dividiert. Also ax² durch a plus bx durch a plus c durch a ist gleich 0 durch a wird zu x² plus bx durch a plus c durch a ist gleich 0. Für den Ausdruck b durch a schreibt man gewöhnlich p und 4c durch a schreibt man q. Somit erhält man die Normalform mit x² plus bx plus q ist gleich 0. Die allgemeine Form einer quadratischen Gleichung kann also stets in die Normalform übergeführt werden, indem man durch a dividiert. Die beiden Lösungen der Normalform sind nun durch die kleine Lösungsformel gegeben, die auch pq-Formel genannt wird. Welche der Formeln man sich merkt und benutzt, ist egal, solange man darauf achtet, dass man vor Anwendung der kleinen Lösungsformel die quadratische Gleichung in Normalform überführt. Beide Formeln liefern die gleichen Ergebnisse. Wie bereits erwähnt, liefern die Lösungsformeln die große wie die kleine im Allgemeinen je zwei Lösungen, nämlich x1 und x2. Beim Ausrechnen dieser beiden Lösungen ist jedoch Vorsicht geboten, da aufgrund der Quadratwurzel drei Fälle unterschieden werden müssen. Im Lateinischen heißt unterscheiden übrigens diskriminare, deswegen wird Ausdruck unter der Wurzel auch diskriminante d genannt. In der großen Lösungsformel ist also d gleich b² minus 4ac und in der kleinen Lösungsformel ist d gleich in Klammer pi halbe zum Quadrat minus q. Betrachten wir nun die drei möglichen Fälle für die diskriminante d. Der erste Fall ist d größer 0, das heißt, d nimmt einen positiven Zahlenwert an. In diesem Fall gibt es zwei unterschiedliche Lösungen x1 und x2, da einmal plus die Wurzel aus d und einmal minus die Wurzel aus d gerechnet wird. Im zweiten Fall ist d gleich 0, dann fällt die Wurzel weg und es gilt x1 ist x2. Man erhält faktisch nur eine Lösung. Im dritten Fall ist d kleiner 0, nimmt also einen negativen Zahlenwert an. In diesem Fall gibt es keine reelle Lösung, da die Wurzel nur für positive reelle Zahlen definiert ist. Zum Lösen muss also der Raum der reellen Zahlen verlassen und der Raum der komplexen Zahlen verwendet werden. Das übersteigt aber die Inhalte dieses MOOCs. Für Interessierte sei aber erwähnt, dass in diesem Fall die Lösungen x1 und x2 eben komplexe Zahlen sind. Schauen wir uns die drei Lösungen noch etwas genauer mit grafischer Unterstützung an. Graphen bzw. Graphen von Funktionen sind zwar erst Teil kommender Module, wir greifen hier aber ein bisschen voraus, um die Lösungen quadratischer Gleichungen zu veranschaulichen. Dazu betrachten wir noch einmal eine quadratische Gleichung in Normalform, also x² plus px plus q ist gleich 0. Nehmen wir mal an, p ist gleich 0 und q ist gleich minus 1. Unsere Gleichung lautet dann x² minus 1 ist gleich 0 bzw. x² ist gleich 1 und somit x1 ist gleich 1 und x2 gleich minus 1. Der entsprechende Funktionsgraf sieht wie folgt aus. Diese Funktion hat offensichtlich zwei Nullstellen. Nullstellen sind jene x-Werte, an denen der Graph die x-Achse schneidet. bzw. der Funktionswert 0 ist. Dies sind also die Lösungen der quadratischen Gleichung. In unserem Beispiel liegen diese hier und hier. Wenn wir die angenommenen Werte von p und q in die kleine Lösungsformel eintragen, so erhalten wir für die dazugehörige Diskriminante den positiven Wert 1. Die Regel von vorhin hat sich also bestätigt. Nehmen wir jetzt mal an, p ist gleich 0 und q ist ebenfalls 0. Unsere Gleichung lautet dann, x² ist gleich 0. Der entsprechende Funktionsgraf sieht wie folgt aus. Diese Funktion hat eine Nullstelle, nämlich hier. Betrachten wir die dazugehörige Diskriminante. Die Diskriminante ist also gleich 0. Die Regel von vorhin hat sich also auch hier bestätigt. Nehmen wir nun noch an, p ist gleich 0 und q ist gleich plus 1. Unsere Gleichung lautet dann, x² plus 1 ist gleich 0. Der entsprechende Funktionsgraf sieht wie folgt aus. Diese Funktion hat keine reellen Nullstellen. Betrachten wir die dazugehörige Diskriminante. Die Diskriminante ist also negativ. Nun haben wir bereits eine kleine Vorschau auf ein noch kommendes Modul gemacht, nämlich auf Funktionen und deren grafische Darstellung. Gleichungen und Funktionen sind zwei eng miteinander verbundene mathematische Themengebiete. Dies sollte man sich stets in Erinnerung halten. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.